Hallo und herzlich willkommen bei Be Brassy. In unserer Folge Golfkompetenzen beschäftigen wir uns heute mit der Orientierungsfähigkeit. Die Orientierungsfähigkeit oder die Orientierung ist eine koordinative Fähigkeit, die vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn es darum geht, sich selbst und den Schläger im Raum wahrzunehmen. Für das Golfspielen hat die Orientierung eine ganz zentrale Bedeutung, vor allem weil es ja so eine Freiluftsportart ist. Man steht also auf der Spielbahn, irgendwo vorne ist das Ziel und nun muss man sich und den Körper so positionieren, dass entsprechend ein Schlag in Richtung des Ziels möglich ist. Diese Positionierung ist aber nicht immer identisch, sondern richtet sich nach den äußeren Bedingungen, aber auch nach den gewünschten Schlageigenschaften. So muss ich mich für bestimmte Flugkurven anders zum Ball stellen. Das heißt, wir haben ja auch einen Bezug zur Setup-Kompetenz. Und diese andere Stellung darf praktisch nicht in einem Widerspruch stehen zu meinem Orientierungssinn, sonst läuft der Bewegungsablauf nicht automatisiert ab. Ähnliches kann man eben auch für alle anderen Schläge, zum Beispiel vor allem im kurzen Spiel oder eben auch beim Putten, anwenden. Dort ist es sehr, sehr entscheidend, eine Positionierung so zum Ball zu haben, dass man den Ball mit einer natürlichen und eingriffsfreien Bewegung ins Loch spielen kann. Diese Fähigkeit wird zu Beginn bei Anfängern standardisiert ausgebildet. Man nimmt erst einmal einfach an, der Ball soll immer gerade ausgeschlagen werden. In der Regel wählen die meisten Trainer für ihre Spieler am Anfang eine Ausrichtung parallel zur Ziellinie. Diese Positionierung verändert sich dann aber mit der Zeit aufgrund eben all der unterschiedlich geforderten Treffbedingungen, so dass beim Drive beispielsweise, wenn ich ihn eben in der Aufwärtsbewegung treffen will, der Club-Path weiter nach links zeigt. Entsprechend wird häufig die Ausrichtung weiter rechts gewählt. Und dadurch wandert das Ziel dann in meiner Wahrnehmung weiter nach links. So, dass es dann später bei den sehr, sehr guten Spielern häufig zu beobachten ist, dass wenn sie sehr, sehr weite Bälle schlagen, dass sie versuchen, das Ziel sehr weit links hinter sich zu bringen, um entsprechend viel Beschleunigung in der Aufwärtsbewegung am Ball zu haben. Ein vielleicht ein bisschen schwieriger Aspekt kommt auch in praktisch der Ausbildungsstufe ja nun auch relativ weit am Ende. Trotzdem ist es ja sehr wichtig, sich damit schon von Anfang an auseinanderzusetzen, weil die Individualisierung und das Eingehen auf die Orientierung im Raum einen entscheidenden Schritt zu einer wiederholbaren und verlässlichen Bewegung führt. Ich wünsche euch in dem Sinne ein schönes Spiel und be pressy!